Ok, was müssen wir machen? Doppelschalten. Kann man die Leute kicken? Schubsen, man kann schubsen. Oh, das ist Colour Dash hier oder was? Runter mit euch! Nein! Heavy gescheitert! Gescheitert? Ist rausgeflogen? Ja, also ich war nicht der letzte oben drauf. Springen von der Karte! Ich hab verkackt. Oh, okay. Du musst da schnell reagieren einfach. Beweg dich nicht. Lol. Hä, warum bin ich gescheitert? Hahaha, geil! Gibt es nur einen, der da gewinnt oder was? Den auf, keiner blauen. Ich hab die geschubst. Ja, ich hab einen! Ich hab die geschubst, geil! Okay. Stell dich auf die rote Plattform, okay. Lol. Hä, gescheitert? Hä, warum hab ich gescheitert? Hä, ich war doch drauf. Was sollen wir noch machen? Los, los, los! So, schneller, so schneller! Ja, tausen Punkte! Hä, warum gescheitert? Da warst du nicht gescheitert, oder? Ich bin die ganze Zeit geduckt gewesen, doch. Freie Runde. Hä? Ich versteh das nicht, Alter. Ich hab jetzt zwei- oder dreimal Sachen gemacht und aber keine Punkte bekommen. Oder gescheitert, obwohl ich's mache. Kräftig schütteln? Das muss ich machen! Oh, ich hab's! Ja. 613 Punkte. Stell dich auf die roten Leuchte kachen. Kache, wo ist die? Hä? Ich hab keine roten Leuchten gehabt. Es war eine in der Ecke, warte. Ich war kurz, ich war fast drauf. Auf eine Plattform. Nein! Nein! Ich hab alle verpasst! Nein! Digga, noch mal Tempo rauf, ey! Es geht immer schneller, Alter! Die Musik! Scheiße, ey! Habt ihr eine Krabbe? Wie nehm ich die? Wie nehm ich die? Nein! Nee! Ich war statt daneben! Ich hab Ed gedrückt, Junge! Nein, nein! Ja, ich hab... Ah, ich war drauf, ja! Ich auch! Ist das krank, das Game, Alter! Nicht springen! Ja, tausend Punkte, Brody! 1100 hab ich bekommen! Ich auch! Ich stehe auf einer Karte, die gerade noch rot war! Boah! Nein! Ich war eiskalter, Harry, die zufällige! Was ist Hose? Wo ist das Kuhn? Ich wüsste, dass das Kubiker ist! Ja, hab ich! Digga, ist das schnell, ey! Digga, aber ist das geil, weil das einfach so kranke Minigames sind, ey! Achso, hoch, runter! Oh, hab ich! Boah! Decks war 1,50, ey! Da war's besser als ich, ey! Ja! Ich stehe auf einer Karte, die gerade noch rot war! Ja! Oh, keine Ahnung, ey! Loll! Ich stehe aber auf einer! Ja! Geil, Alter! Ich bin schon wieder gescheitert! Digga, ich bin vierter eiskalt! Habt ihr eine Krabbe? Ja, ja! Ja, ich hab eine Krabbe! Ah! Ich hab einen in die Krabbe geklaut! Ich hab's wirklich aus deiner Hand genommen, Alter! Hä? Ich hab doch ge... Ich bin gesprintet! Ich auch! Achso, sprinten! Springen! Sobald springen oder spritten! Achso, schau dich nicht um, Loll! Ich hab mich die ganze Zeit umgeschaut! Hä? Ich hab nur gerade ausgeguckt! Trotzdem verloren! Nein! Ich wurde runtergekickt! Ja, ich bin drauf! Vielleicht hab ich dich gekickt! Auf eine violette Plattform? Nein, da hinten! Ey! Ich war... Luftweich, Alter! Ey, das ist so gestört! Irgendwann der Karte! Ey! Wie? Bin nicht rübergekommen! Ich bin... Ich war eigentlich gerade runter! Nein, Bewegung! Yeah, Baby! Hä? Wie gescheitert! Ich bin nur rumgelaufen! Boss im Anmarsch! Okay, was geht jetzt noch? Okay, ich weiß nicht alles! So manche Sachen... Okay, aber manche Sachen... Denk... Hab... Also ich... Ich denke zumindest, ich mache es eigentlich, aber ich krieg keinen Punkt dafür! Ja! Wie zum Beispiel ho... Hocken! Zweimal! Ich bin gehockt geblieben, die ganze Zeit! Trotzdem beide Male nicht geschafft! Ah! Oh, es geht jetzt ab! Oh, es duellieren sich jetzt ein paar Leute! Okay! Ja, passiert da nichts? Easy! Okay, die nächsten! Aber was muss man da jetzt machen? Ist das so wie dieses Stairdown in GTA? Dass man einfach... Ja, sobald die roten Ringe weggehen, musst du schießen! Vielleicht ist es, wenn der Zug vorbeikommt oder so? Keine Ahnung! Kann man vorher auch schon drücken? Müssen wir gleich mal testen! Warte auf die Aufforderung und schieße als Erster auf deinen Gegner! Schieße nicht zu früh, sonst wirst du automatisch voll reduziert! Ah! Ohohoho! Lol! Man darf also zweimal schießen, ne? Okay! Bin ich jetzt dran? Digga, wann bin ich denn mal dran, ey? Ich will auch! Aber das Game ist echt geil, hätte ich nicht gedacht, ey! Ich bin überrascht! Positiv überrascht! Hahaha! Fifi! Fifi Pro hat gewonnen! GZ, Alter! Ich bin da! Oh, ich bin da! Oh oh! Wer bist du? Du bist das hier! Lass auf Fifi Pro gehen! Los! Ich hab schon gedrückt, ey! Ich hab geklickt! Oh, los! Nein! Oh! Oh! Scham! Oh! Shinmi Uchiha hat mich weggeolgert! Ja, 4000 Punkte hab ich! Vierter, 4000 Punkte! Aber, wäre natürlich möglich, dass ich noch mal nach unten rutsche, wenn Leute besser sind als ich! Und es geht weiter! Fifi Pro hat gewonnen? Eiskalt, Digga! Fifi Pro! Loll! Nein! Nicht mich, Digga! Nein! Das Game ist ja richtig geil, Alter! Nein! Und guck mal! Der dritte hat 12.000 Punkte! Ich hatte 11.000 irgendwas! Ich war gar nicht so schlecht! 11.100 hab ich, glaub ich! Oh, es geht schon direkt weiter, ne? Okay, Vujancho! Nächste Runde! Abworts! Next Round, Alter! Digga! Das Game ist ja richtig fett, ey! Jetzt wissen wir, was wir machen müssen! Spezialrunde! Okay! Gegenteil! Oh nein! Tu das Gegenteil! Okay, weg von Julian, Digga! Wer ist Julian? Ich will nicht! Wer ist Ukraine Monkey? Oh, hab ich bestanden! Ah, bestanden! Puh! Scheiße, Alter! Das Gegenteil ist das geil, Alter! Scheiße, Alter! Nicht springen! Okay, springen! Ja, hab ich auch! Digga, das ist ne Scheiße, ey! Ich kann das doch nicht! Ne, auf eine Plattform! Ne, auf keine Plattform! Einer ist auf einer Plattform drauf gewesen! Ich bin gerade vierter! Fiffi Bro war auf einer Plattform drauf! Ich hab dich schütteln! Ne, mach ich nicht! Ja! Hä? Nein! Vielleicht hätte man dann nach oben und schütteln müssen, statt nach rechts und links! Ah, ne, da stand bei Simon irgendwas gesagt, da stell dich auf die leuchtende Kachel! Okay! Ne, will ich nicht! Achso! Ich stand echt drauf, Alter! Ich bin erstaunt, was für einen hektigen Skater an den Tag liegen! Das war das Scheißding, was ich jedes Mal verkackt hab, letzten Mal! Ich wollte es das unbedingt schaffen, diesmal! Springen 3 plus 2 Mal! Ja, was heißt das dann? Ja, nicht! Gar nicht springen! Gar nicht springen? Ne, hab ich auch gemacht! War perfekt! Hast du die geschafft? Ja! Gib die Bombe ab! Also die Bombe nicht abgeben! Werd die Bombe! Ich will die Bombe haben! Ich hab die Bombe! Gib sie mir! Ne, darf ich ja nicht! Ah, lol! Ich darf die Bombe wirklich nicht abgeben! Hä? Gescheitert? Hä? Ich hab's geschafft! Das hab ich nicht gerafft, ey! Wie auf einer gelben Kachel! Oh ne, will ich nicht! Oh yeah! Digga, ich bin sechster grad! Mit 5600 Punkten! Ich bin zehntel, Alter! Guck mal! Das hat jemand entstehen geblieben, der Trottel! Tempo rauf! Jetzt geht's los, muchachos! Yeah! War ich denn? Ich muss da reinfahren! Ich will den Geist dazu! Hast du einer? Ja! Geil! Das war richtig asozial! Boah, geil, ey! Äh, wiederhole die Sequenz rot! Ne, nichts! Ähm, blau, grün, blün... So! Ja, geil! Ich hab nichts gemacht, hab gestatten! Ich auch! Ich hab irgendwas gedrückt! Ich hab einfach gar nichts gedrückt, ey! Kräftig schütteln! Nein, mach ich nicht! Yeah, Baby! Wieder! Hä? Aber letztes Mal hab ich nicht geschüttelt und hab verloren! Da stand irgendwas mit Simon Sarge! Stell dich auf ne gelbe Plattform, dann geh ich auf die rote hier! Yeah, Baby! Einfach wieder gar nichts gemacht! Findet den Ausgang? Nö! Mach ich nicht! Aber da oben steht wieder Simon Sarge nicht! Ah, nein! Ah! Das hab ich nicht gelesen! Scheiße! Das heißt, wir mussten es dann machen, oder was? Ja, genau! Ah! Drück einen Knopf! Ne! Geil! Ja, ey! Digga, diese Musik, ey! Reicht den Geisteswicht aus? Oh nein! Ich bin nicht reingekommen! Hahaha! Digga, ich bin Zweiter! Ich bin halt Zweiter! Digga, wie kannst du Zweiter sein, ey! Erreicht dir das Ende! Simon sagt, er reicht das Ende! Also, müssen wir das Ende jetzt erreichen? Also, ich bin reingesprungen! Ich versuche auch nochmal rein... Ne! Abgeschafft! Ich hab fast geschafft! Obwohl ich nur ein bisschen gelaufen bin! Gib die Antwort ein? Nö! 25! Ja, war richtig! Hahaha! Ich hab einfach nichts gemacht! Stell dich auf die grüne Plattform! Okay! Yeah, Baby! Digga, ich bin Zweiter! Egal! Ich will auch! Ich bin Zehntar einfach, Alter! Hä, was steht der? Hä, erzähl deinen Bonk! Hab ich jetzt gewonnen, weil ich kaputt gemacht worden bin? Ja, ich hab... Ja, geil! Hahaha! Ich auch, ey! Stell dich auf die mittlere Plattform! Ne, meine, ich geh auf die hier, ey! Yeah! Boah, ich krieg grad so viele Komposträhne, ey! Wie flachst du schon? Drei Runde! Achso, äh, was? Zwei? Na, oh! Ich hab keine Ahnung! Ich hab nichts gedrückt! Hahaha! Ich auch nicht! Langsam auflösen, jetzt! Zielabschluss! Langsam auflösend! Ich mach nichts! Extra! Ich auch nicht! Kommen wir das noch richtig? Jaaa! Stell dich auf die rotleuchte Kachel! Ne, will ich nicht! Neu, wer steht da jetzt? Pass im Anmarsch! Ich bin zweiter, Digga, ne? Alter! Ey, Mann! Ey, das kann das werden! Ich brauch mehr Punkte! Hau im Ring so viele Mitspieler wie möglich um! Hahaha! Okay! Digga, da geier ich doch ein bisschen, ey! Jeder Schlag hat eine zufällige Chance auf einen Powerschlag! Oh, yeah! Digga, jetzt diese Musik, ey! Oh, jetzt bin ich drinne! Bin ich alleine drinne? Ja! Hi, Diko! Los, komm, du schaffst das! Los! Oh, geil! Ja, Baby! Hinter dir! Ja, da! Hinter dir, ja! Haha! Geil! Hahaha! Was passiert da, Alter? Jaaa! Geh in Cent, Alter! Geh in Cent! Der ist der nächste! Der ist der nächste! Alter, du machst alle fertig! Los! Jaaa! Baby! Kommen sie her, Alter! Kommen sie her, Junge! Jaaa! Jaaa! Hä? Hä? Ich wurde abgewehrt! Okay! Man kann wahrscheinlich alles erfähren! Sehr schade! Aber 5.000 Punkte habe ich gewonnen! Oh! Ich bin erster gerade! Oh! Ich will erster bleiben! Bitte lass mich erster bleiben! Nein! Ich bin raus! Nein! Alter! Kacke, ey! Das war richtig gut, ey! Der hätte jetzt hier Punkte sammeln können! Shit, ey! Boss vorbei! GZ, ey! Ich bin dritter geworden! Aufs Treffchen! Digga! Vom siebten auf den dritten Platz durch das Game, ey! Wo bin ich gelandet jetzt? Das ist jetzt die Frage! Ich war gerade noch Zweiter! Ich war Zweiter! Ich bin Zweiter! Digga! 600 Punkte nur! 600 Punkte nur! Nein! Sweet Dog! Nein! Nicht mich! Nein! Digga! Guck mal! Wir haben auch nur 550 Punkte Unterschiede! Alter! Krass! Ich war richtig nah dran, ey! Ich versteck mich hier! Ja! Ja! Okay! Versuch beim Springen seitwärts zu springen! Okay! Muchachos! Ich würde sagen, eine Runde machen wir noch! Das ist geil! Das ist geil, muss ich sagen! Richtig Überraschungshit, ey! Ja! Lol! Alter! Ich bin gerade fast reingesprungen! Ich bin auch fast reingesprungen! Keine Special Runde hier, ne? Also alles wieder richtig machen! Was müssen wir machen? Artiere bis 1? Achso! Ja, habe ich! Oder? Ich habe nur auf 1 gedrückt! Ich auch! Geh durch die gelbe Tür! Was ist die gelbe Tür? Alle gelb, oder? Oh oh! Nein! Das ist ja mies, ey! Ich wusste nicht, welche jetzt richtig ist, ey! Ja! Kannst du auch nicht wissen, glaube ich! Erreiche das Ende! Ja! Ja! Zweiter! Ja, habe ich! Vielleicht wurden wir rausgestoßen! Lol! Ah, du bist gerade dritter, Dig, oder? Wie schlecht! Ich bin gerade dritter, ja! Erreiche einen... Achso! Ich will den absp... Äh! Äh! Okay, ich weiß nicht, ob ich mich selber in Luft gejagt habe gerade, oder? Keine Ahnung! Du hast mich umgebracht, du mieser Ficker! Weil wir es gescheitert! Ich habe es geschafft! Hä? Okay, kein Plan, was man machen musste! Ich habe die Punkte bekommen! Ja, habe ich! War ich der Erste? Ich war der Erste! 627 Punkte! Ich war der Erste! Ich habe sieben Punkte bekommen! Na, scheiße! Ja! Werde nicht getroffen! Von wem? Von den... Oh, fuck! Oh, Alter! Woah! Das war knapp, ey! Gib das Wort ein! Achso! Äh! Hab ich! Nein! Ich habe verkackt! Das heißt, nur du hast Punkte bekommen! Echt? Ich war fast fertig! Oh! Alter! Oh, Alter! Lol! Ich bin runtergefallen! Woah! Alter, ich bin drüben! Woah! Fick mich, ey! Nicht schlecht, Diko, Alter! Ich glaube, Dritter oder Vierter war ich nur, ey! Ja, alle runterschubsen! Oh, ich bin drauf! Alle runterschubsen! Woah! Yeah! Oh, ich hab's geschafft! Tempo rauf! Ja, ich bin Erster! Ne! Wie? Ja, Baby! Gib das Wort ein, äh! Ha! Ja, hab ich! Ich glaube, ich war Erster! Ja! 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 Ich hab' ich... Ich hab' glaub' ich... Äh, drück tril conten, wo denn! Wo ist der Knopf. Wo ist... Sahi doch knopp, wo? bitte 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 ja ich habe einen erwischt ich bin direkt tot er versteht das bringt viermal ach so ich hoffe das war's ja das war knapp ich hab's nicht geschafft habe ich zum glück gehen die numm tasten zum nummer eintippen deswegen braucht man numm tasten alter habe ich so ducken ich habe drücken gelesen er ist weiter bin ich deko zweiter ist auf hier habe ich nicht aufgegessen nein nein man hätte nichts schreiben müssen werde nicht getroffen ich bin grad zweiter noch sechs da mittlerweile geschafft habe ich ach so genau sechs mal da habe ich nicht gelesen ich hatte gar keine chance und einer reihe runter ich hatte gar keine chance laserpistole nehmen was geht jetzt schon los oder wie das machen müssen gerade ach so es geht jetzt schon los tragen die flagge die muss die flagge tragen wo ist denn die flagge egal geht doch auf den typ mit der flagge ihr miesen fick ratten alter jetzt weiß ich was machen muss nein nein du kannst ja aussuchen was du nimmst ja ich bin ein pistol digger fiffy pro macht das hier im leingang der miese latsch hat man punkte während man die flagge hat oder ja ja genau hauptsache ich werde einfach umgebracht ich hab nicht mal irgendwas schlusszeiten Da ist mehr 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 mehr. Wo ist die Flagge? Ich such sie auch gerade, da in der Mitte. Digga lass mich doch in Ruhe. Nein! Ich bin ins Wasser gesprungen. Aber Fifi Pro hat es echt sehr sehr häufig geschafft, muss ich sagen. Alter, da oben ist die Flagge! Digga, da kann man nach oben? Ist ja richtig okay. Digga, warum die Leute bringen mich einfach um, Alter? Ist einfach dieser YouTuber Bonus, ey. Hier? Kommt man so da hoch? Da ist so ne... Digga! Ihr seid so schlecht, Alter. Auf zwei Seiten waren so blaue Jumppads, wo man hoch konnte. Ah, okay. Ey, der Bonus ist aber geil. Es macht echt Spaß, dieses Game. Ich muss sagen, es ist echt überraschend gut, muss ich sagen. Fifi Pro gewinnt. Ich bin Dritter geworden! Geil, Alter. Ich bin Vierter. Die mit den Dreiecken drüber sind jetzt unser Team oder nicht unser Team? Ja, das ist jetzt die Frage. Komm mal hier in die Ecke. Ich glaube nicht unser Team. Ja. Ja. Nicht das Team? Ja. Die mit den Dreiecken drüber sind Gegner. Was? Ich stehe auf einer... Ja. Was stand da? Hi, Diko. Hier, guck mal, hier sind wir. Hi. Hallo. Au dich nicht um. Digga, wieso... Warum gescheitert? Kann ich auf den Boden gucken oder so? Hä? Ne, wir sind ein Team oder? Ich kann dich sch... Hä, warum? Hä, ich verkack die ganze Zeit alles. Ich hab null Punkte. Ja, ich auch. Die gelbe Tür. Ja. Das ist jetzt die gelbe Tür. Das ist richtig. Keine Ahnung. Ich geh mal ganz... Ganz in die Ecke. Lol. Digga, ich hab immer noch null Punkte. Ich hab auch noch null Punkte. Ja. Lange auf den. Weiche den Geisterzüge aus. Hey, da! Jetzt bin ich extra reingesprungen. Tausend Punkte, endlich. Ey, ich hab immer noch keine Punkte. Ich bin noch bei null, alter. Beim fünften Game oder so. Äh. Ach, endlich, ey. Ich spring drei Mal. Ich glaub, das war richtig, ne? Ja, hab ich. Alter, war knapp. Drei Mal und zwei Doppel. War das jetzt fünf insgesamt, oder? Okay. Wie viel? Achso, eine ganz zerschießen. Achso, nur eine? Oh, doch. Ich hab mehrere zerschossen. Ich dachte, das wäre ein Fehler. Ich hab gar keine zerschossen, aber keine mehr da. Bleib in Bewegung. Okay. Ja. Hey, Simon hat das... Ach, weil da oben... Simon sagt nicht, ey. Ach, komm, Mann! Simon sagt, okay, wir müssen jetzt. Ja, ich hab... Ich hab's. Ja, ich auch. Aber ey. Ich hab 783 Punkte, Alter. 3200. Wenn der Kumiker scheitert, gibt's Bonuspunkte. Nicht aufzus sprinten. Ah, okay. Ach, fuck. Wenn ich das da oben noch lesen möchte. Aber ich hab doch... Ich bin gesprintet durchgängig. Oh, hier. Ich glaub, ich hab einen Abschluss gemacht. Ich hoffe, oder? Bitte, 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 komm, bitte, bitte, bitte. Ja, hab ich. Ich auch. Aber das verstehe ich nicht, warum ich beim nicht aufhören zu sprinten verkackt habe. Wow, der erste ist böse gewesen hier. Hallo. Alter Scheiße, der letzte war auch böse. Fick mich, ey. Also, eigentlich war er einfach, aber... Ah, fuck, ey. Ich hab falsche Seite verkackt, ey. Einmal ducken. Ja, hab ich. Yeah, Baby. Hey, ich bin schwer gescheitert. Ja. Ich hab mich einmal geduckt. Sonst nichts gemacht. Die Bombe ab, hier. Wie, wie? Wie geb ich die Bombe ab? Wie? Hab ich's geschafft? Oh ja, zum Glück. Mega. Also, man, ich verstehe einfach bei manchen Sachen nicht, warum ich die... ...dass verkackt wird. Oh, 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 oh. Haben wir. Erstmal, dass ich die Kombi habe, Alter. Also, mit euch um irgendwen Mambor-Garun oder so, keine Ahnung. Wo, auf einen Lagun? Ich stehe auf keiner Kachel, die gerade noch rot war. Ja, ja, keine Ahnung, Alter. Wo soll ich das wissen? Ich geb dir den Tipp. Bei dem Ding kannst du einfach auf diesem gelben durchdäckigen Streifen laufen. Ah, dankeschön. Yeah. Ich hab mich doch nicht bewegt. Ey, die mit dem Dreieck, sind das jetzt meine Freunde oder meine Feinde? Feinde. Bin ich sicher. Yeah. Ich hab 9.500 Punkte schon gesammelt, ey. Ich hab deine Krabbe. Ja. Digga, 10.000. Ich bin richtig gut für uns Ding. Werde ich auf die blau leuchtende... Nein, zu spät gesehen, ey. Ich muss den Fock umstellen, Alter. Ja, ich auch. Oh, jetzt kommt ein TDM. Geil, Alter. Geil, ey. Es geht los mit dem Tode, ey. Wollt ihr mich verarschen? Ich bin auch tot. Kein einziger Abschluss. Nein. Los, los, ich hab noch 0 Punkte. Ey. Ich springe, lande und bin tot, Alter. Ich bin in irgendeinen Sprung reingeschaut. Ey. Jetzt fall ich einfach runter. Ich hab noch nicht einen einzigen Abschuss, ey. Ist das jetzt ein Kollege hier? Ey. Ne, okay. Diese mit den Dreiecken sind wirklich unsere Feinde. Hab ich jetzt gerade entdeckt. Doch nur. Digga, ich will doch einen Treffer mal hier machen. Wollt ihr mich komplett verarschen, oder was? Ich hab nicht einen einzigen Treffer bisher gemacht. Ich auch noch nicht. Ach, man kann zoomen. Digga. Doch, einen hab ich jetzt. 500 Punkte hab ich. Einen hab ich auch, ja. Ja, noch einen, noch einen, noch einen. Ja. Alter. Ja, 1.500. Ich hab Mami gekillt. Noch einen gekillt. Immerhin drei jetzt mal. Oh, einen hab ich nochmal. Okay. Nein! Oh. Hi, Dicco. Nein. Ich hab nicht einmal geschossen. Ich hab auf den perfekten Moment gewartet. Das war keine gute Idee. Nein! Easy Flex, Alter. Ey, wie viel Funk hast du bis jetzt? 3.000. Alter, ich hab 1.500. Ich bin schon wieder tot. Nein. Ich check aber auch nicht, oh, fuck. wann damit schießt. Es ist wirklich schwer. Alter, los. 3.000, wir mehr Punkte haben. Ach, hinter mir war einer. Aber ich wär doch gefühlt. Ach, du kannst jeden erschießen. Ich schieß die ganze Zeit nur auf meine, auf die Gegner mit den Dreiecken, Alter. Ach, man kann alle erschießen. Du kannst alle erschießen, ne? Ich schieß auch nur auf die. Ah, okay. Das ergibt natürlich Sinn. Ja, Finanzamt, Junge. Ich hab das Finanzamt zerlegt. Ich bin erster geworden. Ich bin erster. Hä? Bei mir steht erster. Bei 15.300. 15.300. Bei mir steht 8.500 erst, äh, 8.511 erster. Dann waren wir doch die ganze Zeit in einem Team. Müssen wir doch sein. Wenn du erster bist und ich auch. Ja, dann müssen wir auch im Gegner-Team sein. Ich war erster in meinem Team wahrscheinlich und du erster in deinem Team. Ja, ich hab keine Ahnung. Aber du hast ein Dreieck über deinem Kopf. Eigentlich sind wir Gegner. Sieger, ich hab gewonnen! Wie hast du was in meinem Team? Ja, wir waren im Team. Lol, wir waren wirklich in einem Team, Digga. Ich baller euch weg, ihr Mie. Lol, ich bin weg. Ich wurde zerschlagen. Ihr Miesen-Klatschos, Alter. Ich weiß immer noch nicht, ob das mit den Dreiecken jetzt in meinem Team ist oder nicht. Ja, alle, die ein Dreieck über deinem Kopf haben, sind in deinem Team. Los, eine Runde machen wir noch. Eine Team-Runde. Jetzt wissen wir, wie es geht. Dreiecke zu uns. Free Bewegung. Yeah, Baby. Team Dreieck. Los, wir rasieren die. Also Dreiecke sind wir und nicht Gegner. Ja. Langsam auflösen. Stell dich auf die grüne Plattform. Los, lol, 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 los. Yeah, Baby. Ich glaube, es war die andere gemeint, ja. War aber auch richtig. Ich hab keine, also ich hab wohl, ich hab keine Wunden bekommen. Ich schieße die anderen ab, ich schieße die anderen ab hier. Ja, ich schieße auch die, die hat kaputt. Haben wir geschafft, ja. Wir führen gerade noch. Sehr cool, sehr gut. Sag nicht. Nicht aufzuspringen. Ja, hab. Undercover, Digga. Undercover. Er ist gerade noch blauer. Ja. Der wäre auch irgendwo stehen geblieben. Ich auch. Das war richtig. Ich freu mich nicht. Achso. Sprich von der Kante. Ja, hab ich. Yeah. Digga, 1410 Punkte. Ich hab insgesamt schon 6600 gesammelt. Ja, 4300. Ja, 1. Hab ich, hab ich, hab ich. Und 1000 Punkte. Yeah. Kräftig schütteln. Yeah. Hab ich. Yeah. Yeah. Los, Digga. Wir führen mit 10.000 Punkten Abstand. Wir resieren die Easy. Digger, richtig am Schäfen, Junge. Wiederhole die Sequenz. Das ist, äh, grün, äh, gelb, äh, violett. Alter, ganz knapp, äh, 630. Äh, 72. Ja. Haben wir. Ja. Ja, 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 ja. 12.000, ab, äh, Höherunterschied schon. Okay, jetzt, schnell. Ausweg finden, los. Simon sagt nicht, heißt aber nicht, oder? Achso, der nennt die nichts machen, ja. Also, glaube ich, oder? Ja, 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 danke, Digga, danke, äh, oh, ja, hätte ich, oh, hier, nein, oh, ja, ja, geile, puh, drücke alle Schalter, äh, ja, meiner, 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 weg mit euch, hä? Ja, wie kann man denn alle Schalter drücken? Was steht da? Schau dich nicht um. Ey, ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Ich rasier deinen IQ, dankeschön für 25, Samson, die gar nicht mitbekommen, weil ich sie so... Alter, Ehre, dankeschön! Kuss, was machst du das noch mal? Weiche die Laserstreien aus. Noll. Dankeschön, ich rasier deinen IQ, Digga, ich brauch jetzt unbedingt was, äh, was ist das, äh, für... Ja, dankeschön. Herz geht raus, FMG-Tner, dankeschön. Dankeschön für den fetten Support. Oh, Digga, danke, krank, Alter, weiche allen Laserstreien aus. Ja, tot. Ey, Digga, die Digga spawnen in mir drin, wie soll ich den ausweichen, ey? Was war der Erzieher, ein Abschuss mit der blauen Pistole? Okay, ich hab Nathalie umgeballert, ey. Ich hab gar keinen, äh, bekommen. Ey, gescheitert? Wirst du mich... Wirst du mich knudeln? Achso, ein, zwei, drei, vier, fünf. Ja, hab ich. Heiße! Haben wir zu viel geschossen? Erreiche das Ende, okay. Ja! Wie? Alter, ja, wieso... Ey, wieso... Ich hätte gerade nur mit Lack durchkommen, Alter. Das war doch komplett Lack, Alter. Da ging doch gar nicht. Nein, 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 ich hab's nicht mehr geschafft. Nein, alle oben, na. Aber wir führen noch mit über 20.000 Punkten. Hab ich, okay. Digga, wir rasieren das Team hier. Digga, wie sich alle noch bewegen. Hä, gescheitert? Hä? Ich auch. Keine Ahnung. Manchmal nicht. Oh, oh, oh. Hey, das war gerade noch... Ey, das war gerade noch grün, ey. Die haben sich noch geändert, ja. Das war ja richtig böse. Ich bin übrigens erster Platz mit 15.000. Hä? Okay. Was muss ich machen, Digga? Was muss ich hier machen? Alter. Wie lenkt man? Alter. Wie lenkt man? Digga. Ja, mit B, A, S, D und dann mit Leertaste kannst du griten. Ah, danke dir. Ja, kein Plan. Mit Schiffkanzler aktiviert. Ich bin da irgendwo gegen gefahren. Nein, 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 nein. Digga. Geht doch mal ein Gas. Ja. Deko richtig intuitiv da so durchgeratzelt. Er weiß sofort, wie das funktioniert. Natürlich, Junge. Ich bin elfter Platz. Easy letzter. Erster. Nein, ich hab den Boost nicht erwischt. Aber leider ist ja, man kann die ganzen Leute auch anfahren. Das zerstört mich ein bisschen. Ja, kann man. Zweite Runde. Oh. Ich darf nur nicht letzter werden, Mujalchus. Nur nicht letzter werden, bitte. Oh, ich muss hier ganz kurz mich konzentrieren. Zweite Runde jetzt auch. Oh, Digga, wie fahr ich denn? Ich lass die ganzen Boost ausfallen hier. Wenn's nur das wäre, Deko. Wenn's nur das wäre. Ah, jetzt komm ich hier schon eher rein. Ah. Digga, mit den ganzen Leuten. Digga, das ist aber mit unserem Fopf auch richtig merkwürdig zu fahren. Ja, geil. Schön vorbei. Oh, jetzt fahr ich doch schon besser hier, Alter. Geil, Mujalchus. Jetzt shabe ich hier. Äh, fast. Yeah. Digga, bei mir ist einfach niemand, Alter. Kann ich nach hinten gucken, leider. Das Gefühl, ich bin ziemlich alleine, ja. Digga, hier, jetzt hab ich sie doch wieder. Jetzt kämp' ich mich ran hier, an die Wand. Oh, ja. Ihr setzt in der letzten Runde. Wir haben noch ein bisschen... Runde gefahren, 1600 Punkte bekommen. Krass, ey. Ja. Ja. Digga, weg mit dir, du Lappen. Ja. Zehnter Platz, wieder ein bisschen was gut gemacht. Das Game ist so geil, Alter. Nein, ich hab den Booster passt. Ja. Oh, ich hab den nächsten. Nein. Den will ich noch haben. Nein. Ja. Ja. Warum? Erster. Digga, GZ, Digga. GZ. Ich hol die Punkte hier fürs Team, ey. Den will ich noch haben, hier. Den will ich noch haben. Nein. Den kriegen ich nicht mehr. Ah, schade. Aber GZ, Alter. Geile Runde, ey. Digga, GZ. Warum gehen die ganze Zeit auf mich, ey? Ich hab einen neuen Skin unlockt, den Beetle Kai. Digga, da muss ich hingehen. Geil, ey. Es hat schon Bock gemacht, ne? Muchachos. Das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten, dieses Game. Dann brauchen wir mal hier, ne? Digga, es wird ja richtig durchrasiert, ey. Spezial-Runde. Geil, ja, ja, geil, ey. Spezial-Runde, gebt uns Doppel-CXP. Los, 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 los. Alter. Wow. Hey, da kam noch einer. Ich hab's geschafft. Ich hab drei Stück, hab ich gesehen. Ich bin erster gerade. Ich bin erster. Oh, ja, ja. Oh, schnell, 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 schnell. Ja, nein, hier ist falsch. Ha, erster. Nein, nein. Nein, ich hab gescheitert. Nein. Äh. Oh, so ein bisschen. 165. Wurde runtergestoßen, ey. Oh, Alter, mein Arm tut weh. Das war zu viel. Ey, wie kann ich denn Achter sein, ey? Oh, ja. Eieiei. 920 Punkte, das war gut. Ich bin erster gerade. Connectors, oder? Oh, ja. Digga, Alter, wie schnell. Ich hab doch Connectors eingegeben. Oh, Alter. Digga, 777 Punkte. Nein. Ja. Ja. Runter mit euch. Nein, ich wollte runter. Ja. Okay. War ich den Laserstrein aus? Welchen Party? Oh, ja. Geht it? Dreier-Kombo. Ja, blau. Blau. Wo ist blau? Hinten. Nein. Ey, das war, ey. Böse. Dass die alle nochmal so iswischen. Die Farben ändern noch, Alter. Ja, hab ich. Ey, ich bin zweimal einmal gesprungen. Ich bin zweimal einmal gesprungen? Ich bin zweimal einmal gesprungen, ja. Null plus eins. Einmal sollst du nur. Ey, ich bin doch gesprungen, du Lappen. Sprint, ich springe hin. Ach so, ich... Äh, ja. Wo, wo? Äh, hier? Bist du hier in der Mitte? Oh, ist die Pro. Ey, gescheitert. Ja, ich weiß noch nicht, wer Fifi Pro ist, Junge. Diagonal von dem Blauen. Nö. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich glaube, das mit dem Fünfer, äh, Expo, das schaffe ich nicht, ey. Ja, wie soll man denn alle drücken? Das ist doch unmöglich. Ich verstehe das, ich, ey. Löff die Schütteln. Oh, ja. Das kann ich noch, das kriege ich hin. Den kriege ich auch hin, ja. Ich bin immer noch Erster. Ich bin Dritter. Nein. Oh, ich hab mich verdrückt. Zweimal. Warte, das ist knapp, Alter. Ey, gescheitert, fick mich. Ich hab mich nur an den Kuss bewegt. Ich hab mich auch nicht bewegt. Digga, das... Äh, äh. Nein, ich hab schon verkackt. Fick mich. Nein, ich war zu langsam. Ja. Ich hab hier immer Pech. Ich geh jetzt mal in die Tür. Ich geh durch keine. Ja, es war richtig. Keine Tür rein. Da stand Simon, sagt nicht. Ach so. Ich dachte, das wäre eine freie Runde. Nein, schon wieder nicht. Ey, fick dich. Ich hab was eingegeben. Diesmal hab ich ihn gesehen. Ey, ich bin... Jetzt bin ich nur noch Vierter. Ich bin ja... Ich bin Zweiter. Nein. Los, 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 los. Dritter. Ja, ich bin Dritter. Scheiße. Bostetanmarsch. Jetzt geht's los. Jetzt geht's um die Wurst. Wutschachos. Scheiße, ich bin Vierter geworden. Spritzschaden. Das müssen wir machen. Also Rolle Schneebölle vom Boden auf. Was? Ja. Ja. Ach so. Okay, hab ich jetzt. Und dann mit abwerfen, ne? Los! Wow! Aber ich versteck mich hier erst mal. Ah! Nein, ich kann mich nicht bewegen! Oh, wer ist das? Nein! Ja, ich hab ihn. Müssen wir zum Lagerfeuer? Lagerfeuer nur zum Auftauen. Ja, ich will da hin. Los! Ist eigentlich jeder Ball ein Treffer? Also jeder Treffer Punkte? Äh, gute Frage. Hey, ich bin doch beim Lagerfeuer, du Nudelholz, Alter! Bin extra hingegangen. Das hat mir nichts gebracht. Es taucht sich ab wieder auf, ne? Achso, idealeu. Geil. Aber Todeslangsame. Oh, oh. Los, hol doch, hol doch den Ball. Ich bin schon wieder gefroren. Oh, nein! Ich denke, ich bin richtig schlecht hier. Du bist doch der zweite, Deko. Alter, du hast 8000 Punkte mit sich verarschen. Ich hab 1500. Ja! Ah! Achso! Ah, Leute. Das ist ja richtig eine Grind-Machine. Was? Alter, das hab ich... Oh! Nein! Ich bin eingefroren! Ah, jetzt hab ich das Game erst so richtig verstanden, Alter. Das ist ja richtig... Da kann man richtig grinden. Ich hab 4700. Ah, was vorbei. Das hab ich leider echt Hardcore verkackt, ey. Schade, Alter. Ich bin Vierter geblieben sogar, obwohl ich so gut war. Gib mir Erster, Zweiter, Dritter. Erster, Erster, Los. Gib mir Erster, Zweiter, Dritter. Ich bin Sechster, Digga. Alter, ich bin Vierter. Okay, aber besser als Marvin, immerhin. Susi Reinemann. Nein! Susi Reinemann hat mich gekillt, ey. Digga, mit 20.000 Punkten, Alter? Was hast du gemacht, ey? Gute Frage, nächste Frage, ne? Okay, aber mit 20.000 Punkten, mit so einem großen Abstand auf jeden Fall verdient, ey. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017